In diesem Beispiel lernst du, wie du Potenzen mit negativen Exponenten berechnest. Berechne die Potenz 3 hoch minus 4. Vielleicht begegnet dir hier zum ersten Mal eine Potenz mit einem negativen Exponenten. Wie berechnet man das? Positive Exponenten hattest du bereits im Unterricht, zum Beispiel 3 hoch 2. Das ist die Kurzschreibweise für 3 mal 3, also 9. 3 hoch 1 ist gleich 3. Den Sonderfall 3 hoch 0 hast du vielleicht auch schon kennengelernt. Die nullte Potenz einer beliebigen Zahl ist 1. Das ist so festgelegt. Hinter den drei Rechnungen steckt ein Prinzip. Während der Exponent in jedem Schritt um 1 verkleinert wird, wird das Ergebnis durch 3 geteilt. Nach diesem Prinzip kannst du die Reihe fortsetzen. Verkleinere den Exponenten um 1 und teile das Ergebnis durch 3. Und nochmal. Verkleinere den Exponenten um 1 und teile das Ergebnis durch 3. Ein Bruch wird durch 3 dividiert, indem der Nenner mit 3 multipliziert wird. Also 1 geteilt durch 3 mal 3 gleich 1 Neuntel. Bis zu 3 hoch minus 4 sind es noch zwei Wiederholungen. Exponent um 1 verkleinern. Nenner mit 3 multiplizieren. Exponent um 1 verkleinern. Nenner mit 3 multiplizieren. 3 hoch minus 4 ist also 1 Einundachtzigstel. Die allgemeine Regel, die man aus diesem Prinzip ableiten kann, lautet, wenn a eine beliebige Zahl ist, mit Ausnahme der Null und n eine natürliche Zahl, dann hat die Potenz a hoch minus n den Wert 1 geteilt durch a hoch n. Berechne minus 4 hoch minus 3. Wende die hergeleitete Regel an. Als nächstes berechnest du den Wert des Nenners. Minus 4 hoch 3 ist minus 4 mal minus 4 mal minus 4 und das ist minus 64. Das Minus kannst du vor den Bruch schreiben. Das Ergebnis lautet minus 1 vierundsechzigstel.